Guten Tag, wir sind von der gemeinsamen österreichischen Karte und wir haben einige Ziele. Und zwar erstens, sehr wichtig, wir wollen mehr Produkte von unseren heimischen Bauern. Zweitens, jetzt wird jeder studieren gehen, weil Wissen größter macht. Natürlich werden wir das System ein bisschen ändern. Man muss nicht mehr drei Jahre lang studieren, sondern ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre. Es gibt mehrere Möglichkeiten, viel mehr als jetzt. Drittens, Integration. Jeder darf in Österreich ein Jahr lang ohne Visium und ohne Staatsbürgerschaft leben und arbeiten. Nach einem Jahr braucht man entweder eine Staatsbürgerschaft oder ein Visium. Energie. Wir werden viel mehr Solarpanee bauen, Solaranlagen, womit wir unser Strom produzieren werden. Bis 2030 wird Österreich nur mehr grünes Strom benutzen. Und das Letzte ist Wir respektieren jeden, aber wir akzeptieren nicht jeden. Danke für's Suchen und gemeinsam für Österreich.